Was kommt dort von der Höhe? Was kommt dort von der Höhe? Es fließt ein warmes Kesselchen auf das Professorchen. Was kommt dort von der Höhe? Onkel Alex! Mensch, braucht der ne Zeit? Wir kriegen mit dem bloß raus, wir müssen noch zur Schule. Mensch, ich hab eine Idee. Was kommt dort von der Höhe? Was kommt dort von der Höhe? Na nun, jetzt wird mit einem Mal kühl der Wasserstrahl. Was kommt dort? Oh, oh, ist es kalt geworden, was da aus der Dusche tropft. Nein, ich will mich nicht ermorden, denn ich bin ja nicht bekloppt. Oh, ist das Wasser kalt, kalt, kalt.